Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Was geht nun? Master Gist hat die Aufgabe, alle verbleibenden Spuren der Assassinen auszulöschen. Master Weeks und die anderen helfen ihm, natürlich. Achilles hat alles verloren. Er wagt sich nicht aus seiner Heimat. Sicher nicht. Shay, die Suche nach den Vorläuferstätten ist vorbei. Doch die Schatulle... Ihr werdet sie für den Templerorden und mich finden. Sie kann überall auf der Welt sein. Ihr könntet Jahre brauchen, sie zu finden. Vielleicht euer ganzes Leben. Seid ihr für diese Aufgabe bereit? Gut. Unglaublich! Wer hätte gedacht, dass Shay so viel Potenzial hat? Ich habe alles, was ich brauche, um unseren Auftrag abzuschließen. Nur noch ein Strohkopf. Wir müssen Shay's Story hochladen. Nicht in die Helix. Ich will, dass ein paar Leute sehen, was wir hier gefunden haben. Ich will, dass ein paar Leute sehen, was wir hier gefunden haben. Das ist die Kino-3-Security-Freigabe. Ab jetzt sind ihnen keine Türen mehr versperrt. In ferner Vergangenheit hatten die Assassinen ein nobles Ziel. Den Frieden. Aber über die Jahrhunderte verwandelte es sich in ein weit gefährlicheres. Freiheit. Shit! Was? Dort! Folgen Sie den Lichtern und Sie sind da! Versprochen! Sie sterben nicht, wenn Sie den Lichtern folgen! Ich habe Sie doch nicht verwirrt! Folgen Sie den Lichtern! Beeilungsstrohkopf! Jetzt kommt es darauf an! Ihr Kommunikator sollte funktionieren. Die Assassinenbruderschaft existiert noch heute. Und sie bleibt ihrer törichten Sache treu. Ich bin ein Tempelritter. Ich schütze die Welt vor den Assassinen. Heute haben Sie mir in dieser Rolle geholfen. Bitte, starten Sie den Server. Ich bin ein Tempel. Ozzo Berg, der große Star des Anime-Trainingsprogramms. Zeigen Sie, was Sie können, arrogantes Arschloch. Wenn Sie wollen, Master Cross. Ich glaube, mein Training ist bald vorbei. Meinen Sie nicht auch? Was ist so lustig? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Sie sind nicht arrogant, sondern einfach völlig verblödet. Oh. Ihr Körper, Ihr Geist, Sie gehören nicht mehr Ihnen. Verstehen Sie? Alles, was Ihnen bleibt, sind Stimmen. Ich leide nicht unter Ihrem Zustand. Meine Animus-Sitzungen waren sorgfältig. Nein, nein, nein! Meine Stimmen sind Geister. Tod! Daher sagen Sie immer wieder dasselbe. Wieder, wieder und wieder und wieder und wieder! Aber die in Ihrem Kopf werden niemals sterben. Sie gehören jetzt Ihnen. Ich bin demütiger Diener des Ordens. Ihr seid nicht mal mehr eine Person. Ihr seid ein Werkzeug. Eine Waffe. Ein Spielzeug. Wir sind hier fertig. Und in Ihrer glorreichen neuen Weltordnung ist kein Platz für zerbrochene Spielzeuge wie uns! Sie haben alle Erwartungen übertroffen. Laden Sie mit dem Terminal Chase Geschichte ins Assassinen-Netzwerk. Heute sind die Assassinen schwach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Letzten finde und töte. Aber es genügt nicht, dass Sie sterben. Es passierte auf Haiti, es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripten. Schafft ihn hier raus. Sie sollen genau wissen, wie schwach Sie in Wahrheit sind. Und ein jeder soll sehen, wie sehr Sie leiden. An dem Tag, an dem wir uns gegenüberstehen. Begrüßen Sie den Tod, den ich Ihnen biete. Che hat recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Mein Plan ist im Gang. Ich habe keine weiteren Aufgaben für Sie. Allerdings ist Chase Geschichte noch nicht zu Ende. Ich schlage vor, Sie sehen sich den Rest an. Ich bin super beeindruckt, Strohkopf. Sie zeigen Einsatz. Und ja, ich bin auch ein Templer. Schon seit Jahren. Ich bin super beeindruckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bezweifle, dass mich selbst diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Eigentlich bin ich nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen Sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Das sollten Sie. Sie könnten etwas lernen. Dennoch würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Ab vielen Dank, Master Franklin. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Das ist er, Charles Dorian. Ich gehe jetzt. Oh, oh, oh. Ja! De mode quel goût a la viande d'Orse ? Ce vent de sa vie est de la couleur des gens à l'Iris. C'est une autre chose, c'est de la couleur des gens à l'Iris. Je n'ai rien fait pour éviter ça. La Devois, c'est le triomphe de la vertu sur le vis. La Devois, c'est le triomphe de la vertu sur le vis. Untertitelung. BR 2018 Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Ich bin Arnaud. Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben. Arnaud? Wo bist du hin? Ihr seid der Verräter? Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten. Noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormack. Templer des kolonialen... des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann. Und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende. Und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt. Statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung und sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstargo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für Sie. Der Vater des Verstehens hat Sie zu uns geführt. Und dafür sind wir dankbar. Die Probe Ihres wahren Wertes steht bevor. Und sie beginnt mit einer Wahl. Folgt uns und Ihre Zukunft ist absolut gesichert. Oder. Oder. Amen. 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 Amen.